ok wenn es nicht die dritte ist lief mal oder die schöne scheiß in die supergeile schließen warum geht das nicht weil wieso penetrant ist attacke wir sind ja die dds jetzt auch besser ich bin die d bist du besser nein noch mehr schaden der heiler macht keinen schaden das ist richtig aber ich mache schaden das bisschen das sind zwei kdps es war so viel wie der jäger wo bin ich denn jetzt lang gelaufen herausgelaufen oder in die weiche richtung gelaufen komme ich da wieder rein warum ist das immer komplizierter mensch ich denke wir so essen also hä wieso ist da so ein strudel hä wo bin ich denn jetzt hä du stehst vor den mobs oh man das ist richtig mich ich bin mich ich kann du hast du hast es du hast du hast du hast du hast du hast du hast Ich hab mir dann immer gedacht, ich will auch mal DDD, man weiß wie scheiße das ist. Das ist ja eine Fungruppe. Die sind ja irre drauf. Die gehen voll ab. Kein Wort. Pass auf, gleich liebt einer der DDDs. Oh Gott, einer der DDDs geht weg! Die sind da gut drauf und sehr gesprächig. Die spielen wahrscheinlich schon seit 30 Stunden. Ja, das kann sein. Die versuchen mehr Schaden zu wollen als ich. Nuaha. AE, 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 AE! Du bist wahrscheinlich die einzige Klasse, die noch AE kam. Ja, der Krieger kriegt das glaube ich auch ganz gut. Der Krieger kann keine Anliegen. Ja, die geht. Die Krieger schon. Echt? Wie denn? Ja. Mit Heiligen Nova oder was? Oder mit Feuereruption? Du hast einmal so ein kleines Gruppendreh-Dings. Das ist so wie Dolchfächer so ein bisschen. Und du hast einen CD, den du benutzen kannst, der mega viel Schaden macht. Aha. Und dann drehst du dich. Und dann machst du der ganzen Gruppe Schaden. Kein Grund. Und ich benutze es halt dann immer mit den CDs, die halt dann kritische Trefferwertungen und Schaden und so Zeug erhöhen. Und dann mache ich das an und dann ist die Gruppe aber schnell down. Simon. Meine Güte ist der Boss. Machst nichts. Sie sind heiß drauf. Kein Wort wechseln. Wie sie auch brav gewartet haben, weil sie rausgerannt ist. Keine Ahnung, was er da tut. Mal abwarten. Wir wollen schon wieder. Wir wollen schon wiederkommen. Nein Leute, er weiß es nicht. Er weiß, wo der Boss ist. Euch kennt er ja einen Trick. Ich stehe in der Grutze... In der Grutze-Pütze. Ich habe nicht so viel auf meinen Brutz geachtet. Aber der Jäger macht glaub ich es umso mehr Schaden als ich. Aber ich bin echt gut dabei, das wundert mich. Und es gefällt mir. Du bist ruhig. Gut. Nicht ganz ruhig. Du sollst mich nur nicht wissen. Kein Mobbing. Damage. 7,5k DPS, wie das klingt. Ja, früher so bei 1,2 Millionen. Und jetzt plötzlich... Obwohl man eigentlich höheres Level hat. Das ist so... Wenn man doch anfängt so große Zahlen zu machen, dann kann man doch nicht... Ich weiß nicht, ich finde das komisch. Warum macht man es denn nicht gleich so? Ja gut, aber die DPS-Zahlen und so, also was man so an Schaden macht, das hat sich ja jetzt immerhin über 6 Addons entwickelt. Das wollen wir halt immer mehr. Ja. Aber man kann es doch einfach gleich suchen. Vielleicht haben sie nicht damit gerechnet, dass es so viel Addons geben wird. Das mit der Art de Pact macht, habe ich nicht verstanden, warum das so hoch war. Ja. Weil es ja... genau. Du kriegst so 100, 200 oder 500 und dann bist du im Full Level und plötzlich kriegst du 80 Millionen. Und dann denkst du dir so, äh, was? Dann frage ich mich, wie kann es jetzt von 500 auf 80 Millionen ansteigen? Aber Blizzards wird schon wissen, was es gibt. Ja. Nein! Entschuldigung, den habe ich gepullt. Hm. Ich hätte gesagt, ich muss was anwenden, also habe ich Tab gedrückt und dann meinen Dot gemacht. Oh. 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 Ich weit entfernt?! Wo gehst du denn hin? Schatten gesperrt? Ja Hah, toll. Aber ich habe auch noch einen anderen aus verstanden. In which the market is no longer tamar, man will also uplift us all Theme. Wer ist die Spinnen? Die Spinnen? Ja, die essen. Ja, 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 alles klar. Ich wusste nicht, dass das nur die Spinnen machen. Habe ich was zu essen? Ja. Oh, ich bin schon wieder voll. Okay. Alter, kriegt man viele Gegenstände für den Dunkelmondianmarkt. Ich würde das eigentlich gerne abgeben, aber dann kriege ich EP. Das ist ein bisschen doof. Ja. Naja, gut. Nicht für dich, ne? Oh, das ist... Totenkopf. Wird... Also, man wird auch nur betroffen, aber in dem Moment, wo die was machen, casten oder castet. Kann das sein? Keine Ahnung. Ja, das schon. Ist halt so ein Unterbrechen. Das geht halt nur, wenn man's castet. Ja, genau. Und man kann den eben cast auch unterbrechen. Wie ist? Kann man. Habe ich schon zweimal gemacht. Eine Aussage. Weil gerade eben kam das und es hat so diese Wellen da gemacht, du weißt schon, diese goldenen Ringe da. Und es hat mich nicht getroffen. Also vermute ich, weil ich in dem Moment nicht betrachtet habe. Putze putze! Wie läuft das? Wie läuft das? Ja. Du musst nachhören bringen. Wunderbrochen. Du bist der Held. Wie geht's dir so dabei, wenn du die ganzen ekligen Viechern unterkriegst? Schleimig. Schleimig, okay. Ich seh nämlich nach einer Dusche. Das verstehe ich. Selbst als Untote. Mhm. Schleimig, mal. Yeah. So, ausweichen. Er hat mich erwischt. Ich war gerade am ausweichen. Ich bin ausgewichen. Jetzt mache ich gerade wenig Schaden. Wieso? Wieso? Keine Ei-Schaden. Weil ich hier AE mache. Solo-Target. Boah, den habe ich beim Boss weich an zweiter Stelle knapp hinter dem Jäger. Boah. Boah. Boah, da. Boah. 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 Boah, man. Hier hast du mich vorgestellt. ach der heiler ist tot ach so wieso ist der tot hey der ist aber nach dir gestorben hey man kann nicht geist freilassen nein nicht während kampf erst wenn alle tot sind haben sie schon länger eingeführt dass man nicht dauernd reinrennen kann manche ist aber ganz gut weil manchmal geht es komischerweise oder doch kann sogar sein da war doch mal dieser eine boss wo wir zeitwanderungs in die gemacht haben der dann so ein ring gemacht hat mit so zombies die auf ein zug haben und man musste einen töten um eine lücke zu entstehen zu lassen weißt du was ich meine und da waren wir drinnen und dann sind wir gestorben und dann konnte man sich dauernd wiederbeleben und man war sogar ganz in der nähe und wir konnten dauernd wieder hinrennen wo doch zwischendrin noch zwei gelieft haben und wir das dann zu dritt gemacht haben naja jetzt erinnere ich mich sehr gut brav selber ich weiß dass ich brav bin hochnäsig jetzt weiß ich was los ich hab nicht gebaft ja verdauungsstörungen wie gut aber die mobs wahrscheinlich aua Oh, oh, oh! Er rennt auch hier durch die Gegend. Oh, oh, oh! Oh, oh ja! Ja, ja! Wo sind wir los? Meister des Damages! Heute, der Exaroca! Haha! Ganz toll! Ich hab doch... Hä? Ich hab doch gerade einen Ring bekommen! Wo ist der hin? Hallo? Den hast du mir gegeben. Ah, da. Toll. Okay, es ist ein Handgelenk und ich kann sie nicht brauchen. Super. Haben wir noch einen Stoff hier? Hm, Krieger, Krieger. Na gut. Ich nehme ihn. Nein, Spaß. Es sind Handgelenke. Ah, stopp. Ich dachte nur, wir hätten ihn. Na gut. Handgelenke sind nicht so entscheidend. Also. Das sind internal die eh nicht. Ja. Wie viel Schaden macht man dann eigentlich so mit Level 1? Einen, oder? Gute Frage, du kannst ja mal ausprobieren. Wenn ich jetzt 2000 mach mit 60, dann macht man ja mit Level 1 echt nix. Und Leben hat man wahrscheinlich nur 50 oder so. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ein bisschen. Ja, ne, ich hab keine Ahnung. Da schau Single Target Platz 1. Aber nicht mit Abstand. Nö, nicht mit Abstand. Hab ich auch nicht behauptet. Das habe ich nie gesagt. Es hat mir ja vorhin schon gereicht, hinter dem Wege auf Platz 2 zu sein. Das macht mich ja schon glücklich. Bin anders gewohnt. Ich war teilweise gut. Da hat auch das Equipta eine Rolle gespielt, aber dann unter dem Heiler zu sein, ist einfach sehr deprimiert. Ja. Dramatische Musik. Was ist denn das für eine Kreatur? Sie darf nicht an die Oberfläche gelangen. Vernichtet sie! Okay, wir vernichten sie. Dieser Zauber ist so bildschirmverdeckend. Ja, aber echt. Das ist wahrscheinlich der einzige Sinn davon, weil Schaden macht die mir nicht. Ah, der erlitten Schaden wird erhöht und der beursachte Schaden wird erhöht. Aha. Her damit. Ich merke schon nichts davon, dass ich 100% nur Schaden mache. wo in der Schaden ist. Wie ist das denn? Wo bist du denn der Schaden gemacht? Alter! Was hast du denn das gemacht? Keine Ordnung. Ich höre. Krass. Ja wahrscheinlich hat's bei dir... Wahrscheinlich zählt das nur für Milit Damage. Achso, das kann natürlich sein. Aber dann müsste der andere Krieger auch mehr machen. Außer der hat's nicht abgekriegt. Komisch. Weil da stand eigentlich, man erhält 100% mehr Schaden und man macht 100% mehr Schaden. Davon habe ich aber ehrlich gesagt nichts gemerkt. Ein Vorspuss, mach die mal weg. Wo sind meine Dots? Verfaul in der Erde, ich habe verlaufende Erde gelegen. Ich hoffe, wie verläuft es sich. Gammelig. Bleh. 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 Wohin constructor. Bleh. Bleh. An conservativ. Bleh. 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 wobei sich weniger geworden ist also nicht mehr so wie früher da was ja als die als tink ja fast immer irgendwie vor oder zumindest sehr weit vorne und das finde ich dann doch ein bisschen gemein ging und den anderen die dies deswegen bin ich noch böse nicht genau halt auf zu sortieren So, meine rote. Gedankenexplosion. 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 Ja. Okay, die hat anders angefangen. Sie fängt an mit dunklen Leere und dann, wenn es bereit ist, leeren Erektion. Und dann durch Gedankenexplosion. Aber es ist trotzdem nicht sehr spannend. Aber cool. Ja, auch das zu absoluieren. Ja. Ja. Geh weg. Ich geb mir Mühe. Raus aus meinem Damage-Mutter. Wo kann ich denn hin? Zum nächsten Mob. Das hat mich geführt. Ich war so verängstigt. Ich wollte mit ihm kuscheln. So weit sind wir doch nicht kuscheln. Das sieht doch eigentlich schon kuschelt aus. Echt? Wenn man die Zähne und die Dornen weglässt. Boah. Geht. Von Untot. Lass mir meine Bohr liegen. Okay. Ja. Ich hab die Fieten auch voll süß. Ja, das ist, weil sich das Fleisch so zusammenzieht. Weil es es quietscht. Ja. Diese Fitschekäse. Genau. Schau mal, das klingt voll süß. Ne, ich find das klingt eklig. Du hast du seltsame Auffassung. Ich hab mein Ton wahrscheinlich nicht so laut wie du. Das kann sein. Wie fühlt das süß? Was? Na, was? Ja, so ist das mein Freund. Ja, toll. Was? Tja. Hat es mal dran. So gefällt mir der Damage wieder. Dir nicht so? Doch. Ich bin über dem KriegerDD. Das reicht mir. Ich bin schon gespannt auf meinen Krieger. Wie sich das Spiel doch immer noch so cool spielt. Oder ob der irgendwie genervt wurde. KriegerDD war ja... Ich hab mich ein bisschen Sorgen, dass der so wenig macht. Laut 4. Von vielen Seiten der DD, die am meisten Schaden machen konnte. Ja, okay. Mit Abstand. Klaus. Dann haben sie es bestimmt genervt. In diesem NetOn weiß es noch keiner. Das wäre aber schade, weil es hat so viel Spaß gemacht. Ich brauche ja nur fürs Besten zu beschaden. Mehr will ich ja gar nicht. Aber das ist der, der die Modena macht. Was für Dinger? Achso. Ich hatte einen Lag. Der hat sterile mich. Der hat wirklich sterilisiert gesagt. Mhm. Schlechtes Unter-Dinger-Lauf-Raus. Jetzt mach ich grad irgendwie gar keinen Schaden. Der Boss verwirrt mich. Das ist das. Das ist etwas. ă ungefähr licetc. Ich spieg hier 有点 ______ ______ ______ ublic Seokoncé Ele полит Ja, das gehört ich auch. Neuer für sowas haben wir gekriegt, Handschuhe. Ich irgendwas bekommen? Du hast letztes mal was bekommen, da hab ich nichts gekriegt. Krass, das wär wie früher, ey. Meistens bekommt man, was mich wundert ist, dass ich jetzt zwei hab. Wahrscheinlich, weil ich mit meinen Handgelenken nicht zufrieden war. Ach, warst du schon? Ja. Oh, dieses Wort da, Endboss. Endboss. Das Ende des Bosses. Was machst du da? Wie trinkst du? Nett mal trinken. Nein, nicht ausloggen. Was mach ich denn da? Ausloggen. Die Sandkuppe verlassen. Die Sandkuppe verlassen. Ausloggen. Vielen Dank.